Deutsch lernen durch Hören Stiftung Warentest Lisa zieht die Augenbrauen zusammen. Sie ist frustriert und ein bisschen wütend. Heute am Vormittag hat sie für ihr kleines Kind ein neues Spielzeug gekauft. Es ist ein kleines Gerüst aus Holz. Darauf kann ihre Tochter klettern. Lisa hat es ausgepackt und zusammengebaut. Danach hat sie eine Matte darunter gelegt und das neue Spielzeug dem Mädchen gezeigt. Ihre Tochter liebt das Klettern. Wenn die beiden spazieren gehen, möchte sie immer auf die Bäume klettern. Auch am Spielplatz ist sie immer auf dem Klettergerüst. Darum liebt Lisas Kind das Spielzeug. Sie spielt schon den ganzen Tag damit. Lisa geht in die Küche, weil dort Nudeln in einem Topf auf dem heißen Herd stehen. Sie rührt um und hört plötzlich ein lautes Krachen im Wohnzimmer. Schnell läuft sie zu ihrer Tochter. Lisa sieht, dass das Holzspielzeug in der Mitte gebrochen ist. Ihre Tochter sitzt daneben am Boden und weint. Lisa hebt sie auf und tröstet sie. Wie kann das neue Spielzeug so schnell kaputt gehen? Lisas Tochter hat sich beruhigt, als das Telefon klingelt. Es ist Lisas Mutter. Sofort erzählt sie ihr von dem Spielzeug. Hast du darauf geachtet, dass das Spielzeug von Stiftung Warentest getestet wurde? Lisa ist verwirrt. Was bedeutet das? fragt sie. Ihre Mutter erklärt. Das ist eine Organisation, die Produkte testet. Sie werden auf Sicherheit geprüft. Das ist sehr wichtig, wenn man Kletterspielzeug für Kinder kauft. Das hat Lisa nicht gewusst. Am nächsten Tag geht sie wieder ins Geschäft. Dieses Mal kauft sie ein Gerüst aus Holz, das von Stiftung Warentest getestet wurde. Ihre Tochter freut sich und klettert wieder fröhlich auf und ab. Dieses Mal wird es nicht gleich kaputt gehen. Das ist ja nicht gleich kaputt gehen. Das ist máximisch kaputt gehen. Das ist ja nicht so, wiedy. Das ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, wie du siehst. Vielen Dank.